was geht ab ihr geilen klubschieß herzlich willkommen zu einem neuen kanal info video es gab ja viele in letzter zeit also haben wir viele was halt daran liegt dass sich einiges getan hat auf dem kanal und jetzt wieder ein kleines kanal update zum einen seht ihr schon ich spiele rocket league was ich schon verdammt lange nicht mehr gespielt habe wie man möglicherweise auch sehen kann ich wurde danach gefragt und erstmal hier wolfram durch die gegend kicken und da habe ich mir gedacht ja warum nicht wenn jemand danach fragt es dann nicht vielleicht mal wieder rausholen es hat sich auch einiges getan seitdem ich gespielt also ich habe das echt keine ahnung nie ja nicht mehr gespielt oder so kommt das hin einfach zu geil hier ja ich hatte auch schon mit den guten prime gesprochen gehabt ob man da vielleicht mal zusammen was machen will da könnt ihr euch auf jeden fall drauf freuen aber das worum ist eigentlich am ehesten geht ist die sozialen netzwerke ich hatte angekündigt in den dankeschön video für die 100 abonnenten dass ich mache sozial media account für facebook und youtube ich glaube schon wieder nur bullshit für facebook und ja glanzparade hier in your face für facebook und für twitter dafür brauchte ich halt noch den kanal banner bevor ich die an euch raushau die beiden seiten denn ohne banner sieht das dann scheiße aus aber den banner habe ich gestern gekriegt und dafür erst einmal danke an der body kick der hat das gemacht vielen dank dafür es sieht echt nice aus finde ich und das hat ja auch schon einer in die kommentare von euch geschrieben gehabt dass er das echt geil findet hat mich auf jeden fall echt gefreut ich wollte den eigentlich eher am liebsten selber machen aber ich hatte da halt echt keine idee was ich da machen kann und bin da auch nicht so der shit dass das so professionell aussieht ja von daher habe ich das dann doch eher machen lassen und bin zufrieden also echt mehr als zufrieden muss man sogar sagen und ja dann jetzt zu den social media accounts ich habe jetzt eine facebook seite eingerichtet und ein twitter account ist auch am start also beides je nachdem ihr könnt entweder beide vollen vornen vollen beiden vollen alter ihr könnt entweder bei beiden da eh hallöchen sagen oder bei ein kommt ja drauf an weder benutzt ihr facebook und twitter oder nur twitter oder nur facebook oder ihr benutzt gar nichts oder ihr mögt mich gar nicht ähm das hängt dann natürlich von euch trauen ab aber ähm würde mich freuen wenn ihr da vorbeischauen würdet und ja, was ich da so posten würde, beziehungsweise tweeten. Wenn ein neues Video raus ist, werde ich das natürlich euch mitteilen da dann. Auch mal so vielleicht kleinere einzelne Sachen, je nachdem, was gerade so ansteht, wenn mir vielleicht irgendwie was Lustiges passiert ist oder irgendwas aus dem Alltag, dass man vielleicht auch so eine kleine persönliche Bindung da aufziehen kann. Ich bin mal gespannt, wie das bei euch ankommt. Würde mich echt freuen, wenn da auch der ein oder andere mit bei ist und vielleicht auch ein bisschen supportet. Und ja, wir haben jetzt noch eine Minute. Ich habe eigentlich alles Wichtige gesagt. Ich kann es ja nochmal zusammenfassen. Das ist ein Tor, oder? Nein. Also, ich bin jetzt auch auf Twitter und Facebook unterwegs. Also, da könnt ihr dann einfach mal Hallöchen sagen. Da heiße ich natürlich auch die Klubspros. Und das ist... Da heiße ich auch die Klubspros. Ich werde das auch in der Kanal-Info verlinken, natürlich, dass ihr das leichter findet. Und hoffe, dass ihr da dann auch vorbeischaut. Und ja, neuer Kanal-Banner, das ist immer nice. Sieht echt geil aus. Und ja, ich weiß gar nicht, was ich sonst noch dazu sagen soll. Außer, dass er geil aussieht. Denn er sieht halt geil aus. So. Ja, das Match ist auch gleich vorbei. Ich habe alles Wichtige an euch rausgehauen. Und, äh, ein erbärmliches 0 zu 0, Alter. Und der Ball fliegt noch. Jetzt blockiere mich doch nicht. Ach ja, es gibt ja Nachspielzeit, Leute. Ich habe da echt so lange kein, äh, Rocket League mehr gespielt, ey. Die Nachspielzeit kann ja echt mega lange dauern. Bam, Alter. Ja, Wulski. Komm schon, da musst du hinterher. Ja, hau ihn doch weg, du Nudelsalat. Ja, Alter. Ja, die Bots spielen ja schlimmer als ich, äh, und das ist schon fast nicht möglich eigentlich. Nein. Aua. Ich werde von meinen eigenen Teamkameraden gemobbt. Oh, shit, äh. Jetzt sehe ich auch warum. Bam. Richtig durchgeschmuggelt hier. Ich versuche mal zu fliegen. Ja, das wird nichts. Noch ein paar Stunts gemacht. Aber, Gott, Alter, ich werde das Video einfach da beenden. Oh, das Spiel vorbei ist. Das wird hier einfach ewig gehen. Äh, nein. Nein. Alter, ich in Rocket League, ey. Das ist einfach... Oh. Ja, okay. Da ist es vorbei. Gott sei Dank. Äh, ja. Gut. Ich verabschiede mich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm. Ja, dass ihr mich auch weiterhin unterstützt auf YouTube. Jetzt auch auf Facebook und Twitter. Und mal sehen, was wir da zusammen machen können. Was wir da reißen können. Äh, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn das gut bei euch ankommt. Wenn ich dann auch mal so ein bisschen was Privates mal poste. Einfach mal so, keine Ahnung, was Lustiges passiert ist oder sowas. Ähm. Ja. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da auch mal vorbeischaut. Und dann sehen wir uns auch hoffentlich wieder im nächsten Video. Tschüss. 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 Vielen Dank.